Es wird jetzt mein viertes Auswärtsspiel in Frankfurt insgesamt. Und dann Moinzen zum Vorbericht zu unserem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag 15.30 Uhr. So ein bisschen das Duell der beiden, ja, nicht so runden Saisonstarts bisher. Hab ja auch ein Video mit Benni hochgeladen am Mittwoch. Sehr gerne das reinziehen für vor allem Frankfurt-Expertise in dem Video. 2-0 ausgeschieden im Pokal bei Wandhof Mannheim. Dann ein 5-2 beim BVB zum Saisonstart. Und dann eben auch wieder 2 Unentschieden gegen Augsburg zu Hause und jetzt zuletzt gegen Bielefeld auswärts. Neu aufgestellt Zinse, Trainer Glasner kam aus Wolfsburg, Sportvorstand Grösche kam aus Leipzig. Andersrum ist er quasi Hütter zu Gladbach und Bobic zu Hertha. Im Sommer haben sie Silber verloren, eben auch an Leipzig. Jetzt der Versuch ihn zu setzen durch Borre und eben auch Lammers kam, jetzt der noch er der Ersatz sein wird. Kurz vor Transferschluss Hauge ausgeliehen, sehr interessantes Talent vom AC Mailand. Und auch als größter, auch vom finanziellen her, größter Transfer Lindström für 7 Millionen aus Bröndby geholt. Und was wir auch mal wieder angucken, sind die Ex-Spieler. Da steht natürlich Kral zur Buche erst frisch in diesem Transferfenster. Und ein Ticken länger her hat der gute Philipp Kostic. Dessen Saga mit Transfer und Streik und hier und da und Inter Mailand und Lazio hat sich beendet. Hat sich auf Instagram entschuldigt und wird wohl wieder zurückgenommen in die Mannschaft, wieder aufgenommen. Wie sehr man jetzt diese Entschuldigung für voll nimmt, muss jeder selbst bewerten. So wäre es jetzt zu typisch, wenn gerade er, plus dieser Ex-Spieler-Effekt, wenn der uns am Sonntag eine Hütte reindrücken würde. Das wäre typischer, würde es nicht werden. Letztes Spiel war ein taktisches 4-2-3-1 bei Bielefeld, wo sie ja fast das Ding geholt hätten, dann kurz vor Schuss der Ausgleich. Deswegen sind sie absolut in Zugzwang, würde ich sagen. Auch vom Anspruch her, jetzt hier auch irgendwie mal einen ersten Saisonsieg zu holen, die Frankfurter. Gucken wir uns geschwind den Stand der Dinge in der Tabelle an, auch wenn es noch sehr früh ist in der Saison. Wir haben das Duell 14. gegen 13. quasi. Frankfurt zwei Punkte gesammelt, wie wir bisher drei Punkte gesammelt hatten. Ja, ein Sieg und zwei Niederlagen bisher zu verbuchen. Deswegen würde auch uns in der Volksgebnis absolut nicht schaden. Frankfurt am Donnerstag sein erstes Euroleague-Spiel. Da kommt Fener Batsche nach Frankfurt und danach haben sie für uns ja den VfL Wolfsburg vor der Brust. Wir haben ein Heimspiel gegen Leverkusen und danach müssen wir nach Bochum. Das sind dann jetzt mit dem Frankfurtspiel drei Spiele am Sonntag hintereinander. Insgesamt haben wir eine positive Statistik gegen Frankfurt. Die basiert aber tatsächlich hauptsächlich auf den Heimsiegen. Also auswärts sind 30 Siege Frankfurt, 11 Unschieden und 15 Siege von uns in Frankfurt. Hatte eigentlich auswärts Frankfurt so ein bisschen als besser abgestempelt im Kopf, so ein bisschen als besseres Terrain im Kopf gehabt, als jetzt tatsächlich darstellt statistisch. Deswegen letztes Mal 1 zu 1 in Frankfurt. Ein bisschen besser wird, wenn man sich quasi nur die letzten 10 Spiele anguckt. Das ist wirklich nur die Partie Frankfurt-Stuttgart mit Heimrecht-Frankfurt. Da waren es nämlich sechs Siege für uns, drei Niederlagen und ein Unentschieden in Frankfurt. Beim Start-up-Tipp haben wir diesmal die PK mit drin. Das ist ganz schön jetzt hier, dass ich es aufs Freitag gelegt habe, weil Mittwoch auf Freitag zwei Tage und Freitag auf Sonntag zwei Tage. Dieses Video ist eine zwei Tage Anlaufzeit doof gesagt. Und jetzt haben wir sie eben mit drin, weil Freitag früh war CPK, wo wir zitieren können, ein bisschen was vom Pellegrino Materazzo, nämlich dass Mangala und Nathai voll im Training sind und am Sonntag eine Option von Kader sind, aber keine Optionen für 90 Minuten, beziehungsweise eben für die Startelf. Massimo, Bejas und Mola sind zurückgekommen ins Mannschaftstraining gestern, also am Donnerstag und Endo, Mafropanos, Sosa und Fagir sind heute erst wieder beim Teamtraining dabei, eben nach ihren Länderspielen. Zu Marmusch sagt er, dass er voll dabei ist, hat er auch seine Einsatzminuten bekommen beim Testspiel gegen Nürnberg, der 3-0-Sieg. Das ist bisher ein guter Eindruck und ja, Optionen für Kader und tatsächlich auch gesagt, Optionen für die Startelf. Der trifft da jetzt auch auf seinen Ex-Trainer Glasner, noch aus Wolfsburger Zeiten kennt er den und Fagir, gut, den zieht er das erste Mal im Training jetzt eben nach Länderspiel einsetzen, nur kurz gesehen halt, als er offiziell wurde und so und zum Vertrag unterschreiben und sowas da war. Deswegen, ich glaube, bei ihm wird nicht allzu viel passieren, auf jeden Fall nichts in Sachen Startelf. Interessant ist, dass er quasi Klimovic so eine Art von Startelf-Garantie ausgesprochen hat, wenn alles normal läuft und Bejas ist jetzt auch spielberechtigt, nachdem er jetzt 18 geworden ist. Jetzt gehen wir in die Startelf direkt rein. Also Müller ist recht klar, würde ich sagen, genauso Anton und Kempf auch. Ich könnte es dir vielleicht vorstellen, Ito kommt vielleicht, weil er positionsgetreu auch dahin passen würde, für einen Dinos, vielleicht auch für einen Kempf, den er auch ersetzt, das ging Freiburg nach Auswechslung, aber eben gerade einen Dinos, weil der, glaube ich, dreimal über 90 Minuten gespielt hat in den Länderspielen, aber würde mich da auch schon ein bisschen wundern. Das ist so eine kleine Chance, dass vielleicht Ito reinbringt und Dinos mal eine Pause gibt, aber ich glaube, dass Mafropanus wieder in der Startelf stehen wird. So ist er, Massimo ist auch aktuell noch komplett safe, würde ich sagen, auf den Außen, genauso auch ein Endo. Auch er hat sehr viel Pensum gemacht in der Länderspielpause, aber ich sehe da keinen Weg dran vorbei, leider. Neben ihm dann ja Mangala noch nicht bereit, Nathai auch nicht. Clement hat da ja meist gespielt, aber da jetzt, glaube ich, auch ein Karasso wieder fit sein dürfte, stelle ich da einen Karasso hin. Vorne dann, wie gesagt, Klimovic scheinbar safe. Daneben würde ich auch noch keinen Bär sehen, ich denke eher über Einwechslung. Deswegen, erstmal Förster da, die Davi wurde auch angesprochen, ein bisschen gelobt wieder. Milo wurde auch gesagt, muss seine Entwicklung noch gehen. Deswegen, ich glaube, das wird wieder ähnlich sein wie Klimovic und Förster, wie wir uns bisher gesehen haben. Vorne, ganz vorne drin, wurde Marmusch gelobt. Fahr hier, wie gesagt, erst das Training erst, also ich tippe mein Maximal auf Bank. Vielleicht dann irgendwie, wenn es ganz krass wird, eine Einwechslung. Kann ich jetzt nicht groß abschätzen, wie sehr denn ihn jetzt schon überzeugen wird in den zwei Trainings, die sie, glaube ich, noch haben vor Sonntag. Koulibaly entwickelt sich scheinbar auch, hat immer wieder kleinere Wehwehchen. Deswegen sehe ich am Ende des Tages auch wieder in der Startelfen Al-Ghadoui. Aber wir haben ja, das haben ja gegen Freiburg, oder ich zumindest gegen Freiburg, andere ja auch, noch kritisiert. Wir haben ja fünf Wechselmöglichkeiten. Also insgesamt fünf Spieler können reinkommen. Letztes Mal haben wir nur drei Stück reingebracht. Ich glaube, bei der Menge an Kader und bei dem Konkurrenzkampf kann es gut sein, dass wir dieses Mal die ganzen fünf Stück ausschöpfen, eben was er auf der Bank sitzen könnte, Marmusch und so weiter. Kommen wir zur Prognose, wo ich erstmal die Auswärtsfans ansprechen will. Nämlich alle Karten sind bei VfB weggegangen über Fanglubs und so weiter. Und ich habe es auch dann geschafft, Karten zu bekommen über Frankfurt. Ich habe sehr, 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 sehr Bock drauf. Bin sehr auf die Stimmung gespannt dort, weil die Ultras bleiben, glaube ich, von Frankfurt noch weg. Ich sitze quasi im Block 23K, sitze ich wirklich direkt, also wirklich ohne Platz dazwischen, direkt am Sitzbereich, da oben im Oberrang, am Aussatzblock dran. Also am Sitzbereich vom Aussatzblock dran, hocke ich dran. 2G und 3G-Mix haben sie ja in Frankfurt, für die es interessiert. Und auch sonst alle Blöcke, also so 18, 23, 24, alle Blöcke, so rund um den Aussatzblock, sind auch alle weggegangen über Frankfurt. Ich glaube eher weniger, dass es den Frankfurt-Fans geschuldet ist. Würde mich zumindest wundern. Die Auswärtsblöcke offiziell sind ja 19, 20, 21. Die waren eben 1200 Karten der offizielle Auswärtsblock. Deswegen, ich tippe mal, das ist auf jeden Fall locker. So 1500 bis vielleicht sogar 2000 VfB-Fans werden in Frankfurt. Geile Überleitung, geiles Wortspiel. Die 2K versuchen wir nämlich auch zu erreichen. Vielleicht schaffen wir es ja schon mit dem Auswärtsstadion-Flock, den es zu 99% geben wird am Sonntag in der Nacht eben. Mit Heimreise und so weiter wird es ein bisschen später, aber kommt hoffentlich noch am Sonntag. Auswärtsinfos für die, die hinreisen, sind auch im Sammellink wieder drin in der Videobeschreibung. Natürlich alle anderen Quellen auch. Wie immer, ihr wisst, die Frage ist halt, mit welchem Ergebnis in der Tasche reisen wir aus Frankfurt zurück. Was kann ich euch da im Vlog präsentieren? Hoffentlich was Gutes. Ich habe wieder die Abstimmung. Community-Tab natürlich wieder. Sieg und Gini-Lage rein da. Natürlich auch generell jegliche Bewertung zu Frankfurt, zum Spiel, zum Vorbricht, alles ab in die Kommentare. Wird auf jeden Fall ein hartes Stück arbeiten in Frankfurt. Hat auch der Materazzo gesagt. Das ist halt der typische Spruch, aber stimmt halt so. Beide Mannschaften strotzen nicht unbedingt mit ihrem Selbstbewusstsein gerade. Ich denke auch mal, dass man in Frankfurt auf jeden Fall punkten kann. Hat man ja gesehen, selbst Augsburg mit Weinzierl. Wir müssen diesen Running Gags so ein bisschen, oder ich nehme halt immer wieder rein. Aber selbst die haben da einen Punkt geholt. Das 0 zu 0 war es, glaube ich. Die Frage ist halt, ob dreifach. Und einfach aus dem Spiel raus, es wird jetzt mein viertes Auswärtsspiel in Frankfurt insgesamt. Mein allererstes war quasi mein zweites Auswärtsspiel, so chronologisch. Das erste war irgendwann in München, das 1 zu 6. Und das zweite war eben, glaube ich, 2 zu 13, 2 zu 14. Oder zu 12, 2 zu 13. Eins von beiden. Ein 1 zu 2 Sieg. Damals noch Ibišević und Niedermeier. Und einfach aus dem Spiel draußen, weil ich absolut Hype bin, wieder endlich auf eine Auswärtsfahrt. Auch für mich die erste natürlich logischerweise. Seit Fürth dann im März 2020 müsste das gewesen sein. Tippe ich einfach auch aus diesem Throwback-Spirit quasi, tippe ich auch auf ein 1 zu 2 Sieg in Frankfurt. Und dann, wie immer, zum doof gesagt Nicht-Grönen-Abschluss kommt. Und der Gesamtbisspiel hat getippt, hier natürlich eingeblendet. Nicht grönen, weil das lief die letzten Wochen überhaupt nicht rund. Seht ihr auch in der Kick-Tipp-Runde, wo ich auch natürlich dieselben Tipps am Start habe, wo ihr auch gerne reinkommen könnt in die Runde. Ich habe unsagbar Bock auf Sonntag. Bin sehr, sehr hart auf die Auswärtsreise. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.